Wenn es heißt, von unserer Außenministerin, wertegeleitete Außenpolitik und wir fahren nach Katar, was ist das? Wollen wir die Leute veralbern? Also wir müssen uns schon entscheiden, entweder wir meinen das ernst oder wir meinen das nicht ernst. Aber wir können nicht sagen, es gibt bestimmte Länder, da sind wir moralisch und es gibt andere Länder, da interessiert uns Moral überhaupt nicht. Und das ist aber die Position, in der wir gegenwärtig sind.